Und du hast wirklich so viele Chicken Wings gegessen? Ja... Ich weiß, dass ich zu Hause bin! Los geht! Los geht! Hey! Mann, hier ist versetzt! Nein! Baby, alles klar! Komm, lass uns spazieren gehen! Was ist da drin los? Ah, nee, das ist nur das Ganze! Komm, wir gehen spazieren!